ich will auch sagen mal Steam wird aktualisiert ich will ja, ram mich weg tötet mich direkt ok ja, genau, alter, was denn das denn hier Jockey, alle gehen hier auf einen rauf, oder was? Niko helfen לש merken mit 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 quellen mit mit der Ich habe einen. Ich habe einen. Ja Christian, bist du da? Keine Ahnung. Gut, zwei Stück noch, dann bin ich fertig. Haben wir das Kapitel auch geschafft. Ey, wir haben gerade erst zwei Part, Alter. Ich bin nicht mal. Maul. Wir waren richtig schnell, ey. Wir sind doch gut. Ja, nee, dann check mich nicht. Zumindest nicht. Du, ja. Schuss. Genau. Bester Mann. Ja, wir sind schon. Was? Du, Alter, warum geht ihr immer auf mich? Ja, ich bin so hoch. Jockey, okay, ich glaube, ich habe es immer verkauft. Was? Fettzack ist auch noch hier. Fettzack ist auch noch hier. Fettzack. Der Fettzack hat nur noch. Ja, wir werden jetzt alle sterben. Ich komme hin. Doch, ich bin tot. Was? Ja. Nee, wir werden auch voll. Ich werde jetzt auch sterben. Weil ich kann noch leben. Oh mein Gott, verpiss dich, verpiss dich. Chris, komm jetzt, Mann. Ja, ich komme gerade. Ich habe einen. Wir können auch noch einen Charger. Okay, die helfen uns. Ich habe diesen. Ich habe diesen. Einen Jericho noch, Chris. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich komme nicht, oh mein Gott. Ich komme nicht, oh mein Gott. Ich komme nicht, oh mein Gott. Eine noch, eine noch. Ich komme. Mach' noch nicht rein. Mach' noch nicht rein. Doch, doch, doch. Nein, bitte, 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 bitte. Oh Gott, noch eine Runde. Oh, ich werde gehalten. Oh nein, Nick, halt mich mit seinem letzten Medipack. Mach' noch nicht die Jericho rein mit. Doch, jetzt zu spät. Nein, hör auf, Mann. Mir egal. Ist mir egal, Alter, ich mache jetzt ein, ich mache jetzt ein. Also Leute, äh, ich steige jetzt aus, ne? Ich habe's. Die Freundschaft hat, äh, Tobias ist jetzt beendet. Ja, genau. Tschüss. Nein, 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 jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Du, jetzt sind keine Freunde mehr. Ich hasse dich. Das war aber nicht so'n Scheiß. Gut, egal, jetzt kommen wir jetzt mit einem anderen Karre. Ja, es sind, das sind mich nicht. Bei mir ist überhaupt keine Karre. Oh, doch, jetzt bin ich in Geld. Ich bin zum Rettungsfahrzeug. Oh, was geht ihr? Oh, okay, aber wir sind, wir gehen zum Auto. Und? Ich bin auf dem Auto. Wir sind da. Ja, wir sind da, wir sind. Ja, wir sind da. Ja, man kann's auch sagen. Ja, man kann's auch sagen. Ich weiß, man kann's schon schnell in den. Ey, was? Und Guschel bleibt, oder was? Und Guschel bleibt, oder was? Ein schlechter Leben. dann beschädigt die Städte immer nach es sind ein bisschen gestorben und bis zu schlicht ich auch kein einziges Mal aus dem Weg okay ich würde sagen nix kapitel ja 15 Minuten kann man auch das Motel oder sind ein paar mehr da kommt mit dem Körner nach Koch ich schnallte es aber raus die Ideen die Ladebildschirm Leute also bis gleich wenn wir hingehen sind Lolle zur Form auf Deutsch Döner-Hack Warte ich muss als ein Gang kommen mein Aussturz zu füllen kein Papg Warte doch Mann ok ja im Vorfeld der Christoph auch darauf so und jetzt nämlich auch also Prozent den Anfang ich habe den Anfang auch schon nur dem der möchte kann sich den bei Christoph Guggen und Prozent was hast du noch mal gesagt deine Leute können sich Prozent zu erinnern das letzte Kapitel das habe ich jetzt nicht mehr genommen das könnt ihr euch vertulieren schon ja auch guck mal Christoph auch wer keine Lämpfe obwohl ich hab nichts gesagt was gut dann komm lass uns jetzt durchflaschen go 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 ok äh 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 wo ist denn hin oh fuck was verlass mir Autos so weit das Auge reicht egal ich glaub die haben keine Alarmalage oder aber irgendwie sehen die sehen die Zombies verlässlich aus diesmal was ist mit dem Bus jetzt ich bin nicht schlecht nehmen Alter ich finde es geil wenn man hier so einen Timing im Kronen hätte Alter ich hätte geschlagen laden nach laden nach laden nach laden nach laden nach boah er ist geflogen auch das war so viele wo kam die denn her so würde ich in der Nähe Größen das Leben Alter ich werde dort geschlagen Scheiße kommt mal das kam nicht wo es in der Nähe fehlt ich bin ja in der Nähe ist die Entschließung achten es ist eine MZM 14 ich hab verbannszeug der legt er plant von den zogen das machen wir nicht mal den gleichen aus der übernacht hier ist die ach du scheiße die bloß weg das ist ein dreckiges schocker eigentlich man hat immer einen Rollbombi geklaut aus einiger Preis was weißt du denn vor mann alter what the fuck lol ja ich komme lol ich werde dir von einem Tod geschlagen egal lass dich waschen boah alter boah alter mein Bildchen ist so verwichst ey kenn ich ich bin in so einem Kackhaus mhm boah ich will länger in dem 16 oder sowas weg da ah ne utzi allerbesser als nichts ah ja genau mein Feuer ist grad verpackt ich denke dass sie das nicht lokal aufgerallt trägst so wie äh äh ich glaub du musst mir oder ne hä geil das war ja nicht angezeigt was machst du da oben ja was was macht ihr da unten ich bin ja noch ich bin da oben gut alter ganz ehrlich ne die 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 kommen weiter ich bin ein bisschen duschen m m hallo bitte nicht zuschauen lass uns jetzt auch mal duschen stalker was dann legen letztendlich wirklich komp ich wie körper ich habe schon wieder ein schönes Standbild dann ich glaub ich jetzt Christpunkt Exalter-Spiel verlassen. Ich weiß nicht, irgendwie... Und steht schon was dran. Ja. Wirklich? Ich glaube, das Uncut ist weggegangen. Hey, was? Das Uncut ist weggegangen. Ja, also... ...wohne, ne, 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 okay. Ja, halt dein Maul. Das schließt sich das Team, aber ich habe mich nicht total verrauschen. Was ist die Betriebe aktualisiert? Ja, du tötest die. Du tötest die. Ja, tötest es eine Anwender. Nehmen Sie was. Ich bin schon die, wie... Oh, Kettenzäge. Ah, ja, die läuft nicht. Ah, ja, warte mal, ich lasse es lieber. Ich leg noch eine Achse, die kannst du dir gleich nehmen. Lol, ihr wurdet hier... Was? Ist das ein Kind? Was, woher die Kinder geschlachtet? Lol. Okay, lass weiter. Party, come back in! Wo, was? Ich habe die Sack in einemmal berührt und er ist weg. Ich drehe mal kurz einen Schluck. st auch so in die Kampagne und dann kann ich auch und weiter auf ich habe ich nicht mehr ich bin du musst du dich nicht mehr geil wo sollen wir jetzt hin ja das könnte ich sagen wenn ich im Game wäre aber ich meine Steam Steam ist ja für den Detektiv die ganze Zeit heute haben wir schon Updates machen die sowieso kein Mensch braucht Dark Cornwall You must be this time to die Ladevorgang Ich bin doch was runtergefallen Stimmt die Ratten Ach hier müssen wir durch Warum bin ich jetzt so schnell Mein Spiel ist gerade abgekackt Ja Ich habe alles aufgenommen Mh Ich hoffe übrigens es war mein bei einem kleinen Puder nicht beim Schneiden weil der muss unbedingt in meinem Zimmer pennen und ja Aber ich habe nichts gehört Warte mal Ich glaube ich habe irgendetwas wein gehört in so eine Witch glaube ich Leute genau spuckst mir der hier in mein Hotelzimmer das stand aber nicht in meinem Flyer Mh Selm Scheiße Ich weiß wo wir lang müssen Komm mit Aber sie jetzt auf einmal auch Ich weiß es nicht Tsch Wie ungenaut sind wir Uzzis ne Fuck Fuck Was ist das Ich treff keinen Schuss Ich geb Geil Schau rein Ist der mit dem 14 Nein Die geht endlich auch Wow Chris mein Rutschsteer Pass auf Woh 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 Aller er